So ein Derbysieg ist was ganz Besonderes, mein erster Derbysieg und dann hier noch auswärts mit den Fans einfach überraten. Aber mit diesem Spiel, ich glaube, ich habe etwas in meinem Herz, das ich werde nie vergessen. Ich möchte lachen für mein ganzes Leben jetzt. Der Reich von Dortmund ist der beste Derby für mich. Aber das tut jetzt in unserem Herz richtig gut, vor allem, dass wir das Derby gewonnen haben. Und wie kann Höger schicken? Höger ganz alleine auf dem Weg zu Weidenfeller. Recht ist verfanden. Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor! Höger! Höger! Höger hat er gut gesehen und gut gespielt, wie wir uns. Lehmann. Und Tor! Ein irres Tor von Ole Kampus. Ich dachte doch, er macht es doch nicht immer. Wir müssen die Freistoße immer da rausholen. Und heute war so ein Tag, wo ich mich einfach gut gefühlt habe. Und ja, ich freue mich riesig. Aber natürlich, egal wer die Tore schießt, wir müssen die Leistung auf dem Platz gemeinsam lösen. Das ist jetzt im Vordergrund heute. 4-3! Alter, mein Herz! Dann ging so... 4-3 war schon richtig geil. Man hat geschrien, ist aufgesprungen. War ein super Gefühl. Und dann, ja, ich habe die Bewegung gemacht und dann hat er die Augen verloren an mich. Und ja, ich war genau der Platz, wo der Ball war. Und ich rohgesprungen und rohgesprungen. Und ja, das war einfach, einfach fantastisch, dass ich 4-4 gemacht habe. Richtig geiler Scheiß. 4-4 war unglaublich. Durch die Wohnung gesprungen, gejubelt. Einfach der Wahnsinn. War der Hammer. Er. Torsten, woanders sie weiter. Wüte. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR